Ich kann noch was... Ah, nein. Warum sind die denn alle Schrott? Ich kann noch was upgraden, sehe ich gerade. Hier, die leicht, die macht das mal. Komm. Wie viel kostet das? 400, ja. So, wir haben uns ein bisschen aufgebaut. Das speichere ich direkt mal. Ach ja, das macht schon Spaß, Freunde, oder? Ich habe Spaß. Auf jeden Fall. So, dann... Habe ich eigentlich alles. Baue ich die zweite schwere Panzer und mal einen Schallpanzer. Jawohl, Freunde. Hier sehen wir den Luftangriff. Sehr geil. Das sind drei Flugzeuge, die schmeißen in einer Linie Bomben ab. Aber viel effektiver als der Bomber im Commander Conker. Das ist definitiv der Fall, ja. So, Raumhafen. Was kosten denn... Ja, die sind noch zu teuer eigentlich. 100 nur weniger? Nee, das lohnt sich noch nicht. So, boah, den ersten Schallpanzer, dann kann ich die hier unten schon mal nach oben abziehen. Weil wenn hier ein Schallpanzer steht, das müsste eigentlich schon reichen. Wenn die Kohle denn noch für eins von beiden reicht. So, dann hoffe ich mal, komm. Sehr schön. Alles klar. Cool. Dann... Nein! Okay, brech den Schallpanzer ab. So. Nein. Verdammt. So, egal. Oh, guck mal. Guck mal hier, die Hightech-Fabrik, die blinkt. Das heißt, sie produziert gerade etwas. Und zwar den Lufthangriff. Sehr schön. So. Dann mach das mal hier oben drüber. Kraftwerk noch. Oh Mann. Ja, zwei Sammler reichen langsam nicht mehr. Ich brauch mehr Sammler. Wisst ihr, was ich baue? Ich baue direkt mal einen. Was soll denn da? Was soll denn da, Geilz? Oder? Kosten die hier? Uh, 943. 835. Das ist schon geil, ja. Das ist schon geil jetzt. Uh, das werde ich... Ah, Moment mal. Ich kann einfach hier die Einheiten mal reparieren. So, 943. Ich kauf einfach Mann-Sammler. So. Gut. Dann brauche ich hier oben die Raketentürme noch hin. Also hier oben muss ich definitiv auch verteidigen. So, Raketentürme, komm. Schallpanzer mache ich später. So. Ja, du warte mal, du kannst schon mal da oben drauf fahren. So, sehr schön. Ja, ich weiß. Egal, das passt. Das passt schon so. Noch drei Minuten. Da kommt mein nächster Sammler. Ja, Herr Felser. Ja, Herr. Puh, okay. Ja, jetzt heißt es ein bisschen warten, Freunde. Wie gesagt, wie geht's euch? Ich wollte noch nicht nochmal kurz erkundigen. Mir geht's besser, wie gesagt. Also ich war ja in den letzten Folgen immer... ...leicht angeschlagen. Und was kommt da wieder? Ja, Herr Felser. Frage ich mich. Dann schieß mal drauf da oben. So, weg damit. Mach die mal weg. Die kann man ja zum Glück relativ einfach mit den Belagerungspanzern platt machen. Ach, dann fahr da drüber, komm. Was soll denn das? Oh, da ist noch ein... Verdammte Manneken. So. Was macht der? Der macht den zweiten Bau auf. Okay. Nee, das ist egal. So. Dann fahr du mal bitte hier hin. Ah, der Sammler. Ja, okay, gut. Das ist gut. Es ist gut, dass er hier ist. Mach den platt. Und... Das war's mit dir. Zack. Weg mit dem. Ach, fahr drüber, komm. Fahr da drauf. Du sollst da drauf fahren. Verdammt. Ja, das... Zack. Zack. So. Ja, wie gesagt, wieder mein Move hier. Mit den Menike glatt fahren. Ich weiß nicht, ich mag das einfach, wenn die da so... Wenn die so, äh... Wenn man da so die Knochen sieht. Das ist einfach cool. So. Nächste Kraftwerk. Fahr da mal drauf. So. Boots. Sehr schön. Schön reparieren die Panzer, weil es ist billiger, als wenn man neue baut. Noch ein Kraftwerk. Gut, dann haben wir den Einstieg in die Mission ja schon mal geschafft, Freunde. Ich weiß gerade auch, aber leider nicht, wie lange wir aufnehmen. Aber ich denke mal, das wird auch wieder eine anderthalb Stunden Mission werden. Da ist es so hell. Ah, okay. Ja, ich hab da einen Raketenturm stehen. Das passt schon. Oder auch nicht. Mach die Dema kaputt da. So. Oh, da muss ich unbedingt den nächsten Raketenturm hinbauen. Alles klar, dann mach das. So. Und weg damit. Weg damit. Sehr schön. Wuff. Sehr gut, ey. Zum Glück habe ich die Raketentürme hier zur Verfügung. Oh je, oh je. Raketenpanzer. Okay. Ja, ich wusste es, dass der auf die Dings schießt, ey. Auf die Artillerie. So. Ja, das schaffen wir. Komm. Das schaffen wir. Easy. Butz. Ey. Ich hab gesagt, butz. So. So. Ja, das passt. Komm. Mach den kaputt. Easy. Zack. Zweite Raketenturm. Und weiterbauen. Ich muss erst mal verteidigen. Weil ich kann hier nicht so direkt, direkt decken. Nee, nee. Da nimmt der Meinen noch mit. Das ist ja wohl krass. Egal, Freunde. Gut. Ja, die Raketentürme verschlingen nicht so viel. Oh. Zwei Stück von denen. Scheiße. Ja, Luftangriff. Dann zeige ich mir den Luftangriff. Ich mache den mal hier drauf. Da seht ihr mal den Luftangriff jetzt. Zeigt, was ihr könnt. Oh. Geil. Okay. Sehr schön von. Drei Stück. Oh, Gottes Willen. Oh, scheiße. Drei Stück. Da habt ihr mal den Luftangriff gesehen jetzt. Zum Glück kann der sich nicht entscheiden, ey. So, dann zieht ihn mal. Ja. Boah. Drei von den Panzern, ey. Heilige Scheiße. Drei von den Panzern. Das war schon echt heftig. So, dann kann ich hier zwei Flugzeuge schon mal kaufen. So, so ganz langsam. Boah. Drei Panzer. Von den übelst heftigen. Krass. Und das haben wir noch verteidigen können, zum Glück. So. Die Sammler, die brauchen echt mal langsam Flugzeigunterstützung, ey. Ah, ich muss noch so ein paar Sachen bauen. Äh, eine Raffinerie. Drei Türme. Brauche ich auch wahrscheinlich nochmal eine Energie. Äh. Vier Silos und dann war's das. Okay, Freunde. Der Turm ist fertig. Sehr schön. Dann ist hier oben erstmal verteidigt. Können sich jetzt erstmal reparieren. Bauen wir mal einen Shrike. Und, äh, kleine Betonplatten, bitte. Mache ich hier oben erstmal fertig, die Verteidigung. Baue ich da noch einen hin? Ja, die Energie, die passt locker. So, da kommen meine zwei Flugzeuge. Das ist auch gut. Ah, Sammlerstau. Ah, hier habe ich schon noch einen. Cool. Da habe ich noch einen mobilen Panzer. Sehr gut. Konstruktion bereit. Gar nicht gesehen. Das ist immer das Beste. So, weiter geht's. Ja, locker. Konstruktion bereit. So, Raketen. Oh, die Werkstatt. Oha. Okay, krass. Alles, alles hier kaputt. Ne, 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 Freund. Ja, und ich habe mal wieder keine Kohle mehr. Aber das reicht noch. Cool. Sehr schön. Weiterbauen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich zu wenig Kohle habe. Ist wie im richtigen Gelegen, ne? Wir haben immer zu wenig Kohle. So, dann passt das doch. Alles klar. Immerhin habe ich jetzt schon mal zwei Flugzeuge. Dann Boots. Sehr schön. So. Alles klar. Ach ja, ach ja, ach ja, was freue ich mich, dieses richtig schöne Spiel hier mit euch spielen zu können. So, dann brauche ich gleich mal, äh, eins, zwei, brauche ich mal drei Schallpanzer für die Verteidigung gleich noch. Gut, brauche ich jetzt mal vier Silos, weil ich habe immer nicht viel Geld, das heißt, da muss ich mich gleich mal drauf fokussieren. Und drei, ganz wichtig, speichern. Ah, es geht nicht mit Enter, okay. Egal. So, dann, oh, ich habe es, äh, leicht ruckeln hören, das heißt, der kommt wieder. Der wird wieder kommen, aber das passt schon so. So, 104. 103. Die Silos brauchen echt 1% Energie, das ist krass. Da ist es richtig krass. Aber geht schon, geht schon. Raumhafen, Flugzeug, 1060, nee, 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 kann ich ja selber bauen, das bringt ja nichts. So. Gut, muss jetzt eigentlich auf 100 sein, na, fast. Kann ich hier nichts Energie hier hin machen, genau. Mhm. Ja, ich wusste es, dass der da kommt. Mit was kommt denn der? Mit Manneken. Okay. Ja, dann fahr mal drüber, komm. Die Manneken, die kann man, die gehen später wie die Fliegen platt. Wenn ich die ersten Schallpanzer hab. So, Freunde. Einfach drüber fahren. Der Strike kann sich um den da kümmern. So, dann fahr mal drauf. Fahr mal drauf, da. Da ist ein Wurm. Boah. Och du Scheiße, ja, das hat nicht geklappt. Äh, bloß. Ja, das ist nervig hier. Vier, äh, Wüstentruppen. Fünf Wüstentruppen. Zieh die mal hier runter. Das ist richtig nervig. Die können mich mega abfacken. Die Konstruktion bereiten. Jawohl, Sir. Oh Mann. Unser Stützpunkt wird erledigt. Ja. Zum Glück schießen sie nicht auf das Strike. Das ist schon mal ganz gut, ey. So. Gut, dann brauche ich jetzt Schallpanzer. So, Raumhafen. Ein Flugzeug. Zeig, dann habe ich jetzt drei Flugzeuge, drei Sammler. Lieferung in fünf Minuten. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal die Schallpanzer. So. Alles klar. Und am besten noch, äh, hier oben ein paar Türmchen. Ah, das ist ja Wurrung. Alles klar. Das ist nur ein Würmchen. So, Raketentürm. Wie gesagt, ich nutze nur die Raketentürmchen. Das ist einfach die beste Verteidigungswaffe, die es hier gibt. In Kombination natürlich mit diesen Schätzchen. Schallpanzer. Ja, es kostet natürlich auch. Das kostet. Konstruktion bereit. So, wie viel Energie habe ich noch? 112. Noch ein. 108. Alles klar. Dann kann ich noch zwei bauen. Ich stehe noch hier unten hin. Stell noch einen Schallpanzer hier hin. Aber ich muss erstmal haushalten wieder. Noch eine Minute. Ihre Befehle sind... Ich muss erstmal wieder haushalten. So. Alles klar. Dann brauche ich eigentlich... Ah, nee. Stopp. Nee, 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 nee. Ich brauche noch eine dritte Raffinerie. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ich brauche noch eine dritte Raffinerie. Verdammt. Hier unten kommt der zum Glück nicht her. Konstruktion bereit. Wenn der jetzt gleich hier unten hinkommt. So. Raffinerie. Ihre Befehle, Sir? Ja. Dann können wir jetzt mal den Schallpanzer beim Schießen beobachten. Schieß mal drauf. Und? Ich finde den Sound geil. Schieß. Besteht nicht ins Ende. Zack. Habt ihr das gehört? Der Sound ist richtig gut, ey. Richtig klasse gewählt. Dann haben wir... Dann haben wir jetzt verteidigt. Ja, das ist schon krass, was ich hier auffahre. Aber, Freunde... Das ist nötig hier. Die Mission ist heftig. Viel Gegenwehr haben wir jetzt... Zu tun mit. Und, äh... Ja, wir haben jetzt... Auch gerade eben schon mal den... Das erste Mal den Luftangriff in Aktion gesehen. Richtig effektiv auch gegen Gebäude. Gegen die Panzer jetzt nicht so... Aber das habe ich halt eben gebraucht. Ich habe eben jede... Unterstützung erst mal gebraucht. 102. Passt. Luftangriff bereit, aber... Kann ich noch nichts mit anfangen, weil ich noch nichts sehe, so. Na, jetzt kann er gerne kommen. Das ist mir jetzt scheißegal. So. Und tschüss. Der kommt gar nicht mal zum Schießen. So. Und der auch direkt weg. Einheit bereit. Stützpunkt wird. Okay. Gut. Ähm... Buff. Hahaha. Die Zaun ist, ey. So. Dann geh mal hier hin, bitte. Baue ich jetzt noch die Schallpanzer zur Verteidigung. So. Da ist der nächste. Den stelle ich hier hin. Für den Herzog. Und dann noch zwei hier oben hin und dann passt das. Weil der kommt ja anscheinend auch echt mit diesen Heft... Mega heftigen Panzern. Was will der denn? Okay. Dann macht den mal im Arsch. Dann könnt ihr erst mal den Schallpanzer sehen. Der macht zum Glück keinen Schaden, ey. So. Dann Schallpanzer. Drauf da. Ihr könnt ja mal sehen, wie effektiv die Schall... Oh! Wie effektiv die Schallpanzer sind. Guckt euch das an. Zack. Und der macht den hier direkt mit platt. Und weg da. Weg da. Boah, der Panzer. Der ist so heftig, dieser Panzer, ey. Vor dem habe ich so Schiss. So. Boah. Der ist so heftig. Gut. Schallpanzer. Drauf da. Ja. Den kriegen wir. Alter, dieser Panzer ist so krass. Dann stelle ich noch einen Panzer hier oben hin. Den repariere ich. Genau. So. Bestätigt Ende. So. Bereit, Commander. Na, Moment. Ne, 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 ne. Der kann hier hin. Bestätigt Ende. Ja, Sir. Ja, jetzt sind die Angriffe kein Problem mehr. Ach, der Sammler nur. Okay. Nö. Gut. Dann. Flugzeug kaufen. Fertig. Da ist mein Schreck. Da ist mein Schreck. Sehr schön. Bereit, Commander. Diese Panzer. Ich habe so Schiss vor denen. Weil die, weil die extrem mächtig sind halt. Ja, also. Ich weiß, hier unten ist wieder so ein Treibsand. Das ist nicht so doll. Noch vier Minuten. So. Dann brauche ich eigentlich eins, zwei, drei. Einheit bereit. Nur drei? Ja, Sir. Jawohl, Sir. Ja, dann brauche ich noch einmal Sammler mit Flugzeug. Jawohl, Sir. Oh, warte. Es ruckelt. Okay, speichern. Hilfe. Ja, drei. Ja, ich bin wieder speichern. Alles klar. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier gerade ruckelt, aber... Ich habe gespeichert, also alles gut. So. Mysteriöse Mucke wieder. Noch zwei Minuten. Bestätigt Ende. So. Sehr schön. Okay. Damit ich mal früher sehe, wenn die kommen, Mensch. Und nicht immer vor vollendete Tatsachen gestellt werde hier. Jawohl, Sir. Weiter erkunden. Noch eine Minute. So. Ja. Verteidigung steht. Bestätigt Ende. Dann kaufe ich mir gleich, äh... Für den Herzog. Sammler mit Flugzeug. Erstellung registriert. Lieferung in fünf Minuten. Hier oben sammelt der Hakon-Typ. Für den Herzog. Jawohl, Sir. Alles klar. So. Geht's mal weiter. Äh, bin mal gespannt, wann wir hier auf die erste Basis treffen. Ich glaube, es ist ein Manneken, okay. Das ist sonst noch nicht so wild. Sparen wir mal ein bisschen Kohle. Ich überlege mir gerade eine Angriffstaktik mit den... Für den Herzog. Ha. Ja, der Wurm, der ist dann blöd. Das ist das Blöde. Die schießen halt auch auf, äh... Eigene... Strukturen. Und das ist... Da muss man aufpassen mit. Deswegen habe ich gerade eben auch gesagt, ich überlege mir eine... Angriffstaktik mit den Schallpanzern. Hm... Bestätigten Bindel. So. Hier sind wir schon mal am Ende. Da kommt er wieder mit mir nicken. Aber das ist scheißegal. Ich habe jetzt Schallpanzer da stehen. Aber ich werde wahrscheinlich... Ich werde wahrscheinlich einmal einen normalen Angriff machen. Und wenn der nichts bringt, nochmal mit Schallpanzern nachlegen. Für den Herzog. Das werde ich so machen, ja. Gut, dann bauen wir ein paar Schallpanzer und... Äh... 500? Wow. Bauen wir drei Stück. So. Das werde ich so machen. Ich werde einfach normale Angriffe machen. Und wenn die nicht ausreichen, dann mit den Schallpanzern hinterher. Dann seht ihr erstmal die Schallpanzer in Action. So, mach die weg. Zack. Direkt weg. Die sind so geil, die Schallpanzer. Ich liebe sie einfach. So, zack. Man muss halt immer wieder kurz reparieren, die Tür. Aber... Joa. Na, fahr da drauf, komm. Uh. So, drauf da. So. Ja, sehr schön. Ja. Zack, weg damit. Easy peasy. So. Für den Herzog. Dann... Würde ich mal sagen, trau ich mich mal hier rein. Mal gucken, was das hier so gibt. So. Weitere Schallpanzer, bitte. Noch eine Minute. Geil, also wir haben jetzt echt die, das Arsenal der Atreides fast ausgeschöpft. Aha, hier ist die Basis, okay. Gut, dann wissen wir das ja jetzt schon mal. Alles klar. Fahr ich mal hier oben rein. Ich will noch ein bisschen mehr sehen, als das, was wir hier sehen. Und zwar ein paar Betonmauern. Das ist jetzt nicht so aufregend. Bestätigt Ende. Und, ja. Schauen wir mal weiter. Ja, Freunde. Wie gesagt, diese Folge und die letzte, die... Oh, nee. Shit. Ja, und tschüss. Ah, oder auch nicht. Okay, gut. Die werden in der ersten Kalenderwoche des Jahres 2020 kommen. Und, ja. Sonntagabend, wie gesagt. Leider Urlaub vorbei. Aber, ja. Das werde ich auch schon irgendwie überstehen. Dann. Ja, dann komm, dann fahr hier rein. So. Ah, ich kann jetzt zwei von jedem bauen. Ah, oder auch nicht. Dann nachher wieder einen. So, zack. Ja, toll. Dann fahrt schon. Oh, Mann. Ja, gut. Okay. Hier ist alles tip top. Sehr schön. Ja, der. Ich sehe leider immer noch nicht so viel. Okay, dann bauen wir mehr Trikes. So. Ui. Drei Schallpanzer. Sehr schön. Ich werde mal ein kurz, einmal ganz kurz was trinken, Freunde. Eine Sekunde. Ach. So. Ach, Apollinaris Lemon. Bestes Wasser. Findet ihr auch. Bestes Zitronenwasser. Ja, dann fahr mal hier rein, einfach. Einfach mal gucken, was da so gebacken ist, obwohl ich meinen Luftangriff mal draufschmeißen kann. Das ist ja auch, ne? Interessant. Oh. Schallpanzer tue ich mal hier hin. Da kommt mein normaler Angriff. Sehr schön. Da ist jetzt Shrike. Okay. Kann hier nicht rein, alles klar. Gut. Noch ein Shrike. Ja, der kommt da oben. Der hat da keine Chance rein. Ne, ne. Der hat da keine Chance rein. Da muss ich direkt mit dem Angriff rein. Hier hat er auch alles abgeriegelt. Oh Gott. Ja, super. Uff. Ich sehe immer noch nichts. Ja, toll. Ja, komm. Oh. Trikes. Kommt mal bitte hier. Vielleicht kann ich von unten irgendwie rein, ne? Weil es wäre schon ganz nice, wenn ich ein paar Gebäude sehen würde. Ach so. Okay. Alles klar. Das kommt da wieder mit einem Reniken. Das kann mir relativ egal sein. So. Nächste Schallpanzer ist fertig. Sehr gut. Ich setze voll auf die Extra-Panzer. Äh, Extra-Panzer sag ich schon. Spezial-Panzer. Weil, ähm, ja. Bester Panzer. Ah, eine Sache habe ich noch zu erzählen. Und zwar der Chris-16 hat mir erzählt, dass es hier wohl, äh... Oh, scheiße. Dass es hier wohl einen, äh... Uncut-Patch gibt. Beziehungsweise Blood-Patch für June 2000. Das finde ich sehr interessant. Das werde ich auch mal ausprobieren. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hallo. Hey. Bist du mal weg? Oh, tschüss, Sammler. Ja, super. Danke. Scheiße. Jetzt lass doch mal meine Sammler in Ruhe. Alter Schwede. Jetzt kommt, fahr schneller, Mann. Um Gottes Willen, ey. Puh. Reparier den, komm. Und Schallpanzer. Sehr schön. So. Da wollte ich gerade was von einem anderen... Ah, schaut mal. Das kann ich gut mit Luftangeflatt machen. Puh. Ja, da kann jetzt der Schallpanzer nicht viel helfen. Gut, dann schießt du mal so da drauf. Ah, ich brauch nur einen Sammler, ne? Ja, okay. Dann weg damit. So. Ah, da kommt wieder so ein Megapanzer. Aber das kann mir relativ egal sein. Weil ich hier verteidigt hab. Boah, drei Stück. Das ist schon heftig, ey. Drei Stück wieder. So. Der ist weg. So. So. Dann kann ich mich jetzt hier verteidigen gegen die heftigen... ...Teile da, ey. Weg damit. Sehr schön. Unser Stützpunkt wird angeblieben. Ernsthaft jetzt. Schieß mal auf die Manneken-Schal... Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Schieß mal da drauf. Ach, du Kacke, ey. Was kommt denn hier jetzt alles an? Alter Schwede, ey. So. Da rede ich grad von dem Uncut-Patch, ja. Ich glaub, das Spiel will nicht, dass ich ein Uncut-Patch installier. Alter Schwede, ey. So, weg da. Weg da, Schaltpanzer. Oh, um Gottes Willen. Jetzt kommt. Ach, da. Okay. Ah, verdammt. Schieß mal da drauf, da unten. Ah, die machen jetzt alle meine Sammler im Arsch. Verdammt nochmal. So. Ruhe hier. Hä? Eins, zwei, drei. Vier. So, die Schallpanzer, ja. Einen noch. Puh. Ich hab jetzt eins, zwei, drei, vier Sammler. Fünf Sammler. Sollte passen, glaub ich. Ui, der ist fast im Arsch. So. Oh. Mensch. Ja gut, ist egal. Komm. Ja dann, keine Ahnung. Schallpanzer. Schieß da drauf. So. Oh Gott, schneller. Diese Manneken, ne. Aber das, das passt schon so. So. Sammler Stau, das brauchen wir nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, auch fünf, glaub ich, ja. So. So. Ja. Das passt soweit. Sehr schön. Hab ich jetzt hier meine acht Schallpanzer. Zack, zack, zack. So. Einmal bestellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha? Ja, fünf hab ich. Soll ich das mal versuchen? Ha, ha. Ne, lass mal. Luftangriff. Gut, dann. Mach den mal hier oben drauf. Vielleicht bringt's ja was. So. Alles klar. Wo bleiben die Onytopter? Ah, nein, die fliegen bei die Basis drüber. Das ist nicht so doll. Weil, wie ihr seht, die Raketentürme können auf die schießen. Aber das geht. Zack, 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 zack. Seht ihr mal, wie effektiv die sind gegen die Gebäude? Zack, 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 zack. Das könnte sogar kaputt gehen. Haha, krass. Komm, 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 komm. Nein. Schade. Schade. Aber fast. Aber fast. So. Brauche ich mein normaler Panzer weiter? Oder nee, ich wüsste auch was. Ich brauche noch einen Sammler und Flugzeug. Aber trotzdem. Ich baue mal weiter. Ja, komm. Nächste Einheiten hier. So. 1.100. 1.000. War jetzt auch nicht viel billiger, aber hat so alles.